Hi, hallo und willkommen zum nächsten Mountguide Update Video. Heute updaten wir das Video der Federmäuse, welches ich im Patch 9.1 hochgeladen habe. Seitdem ist inzwischen ein einziges Mount wieder hinzugekommen und wie immer zeige ich euch, wo es dieses zu finden gibt. Und bei diesem einen Mount handelt es sich um einen Promotion Mount. Dieses ist die gepanzerte Blutschwinge. Diese erhaltet ihr durch die aktuelle Twitch Prime Gaming Aktion. Dafür braucht ihr einfach ein Amazon Prime Abo. Verbindet damit euer Twitch Konto mit eurem Battle.net Account. Und daraufhin könnt ihr ganz einfach über euer Prime Gaming Loot euch dieses Mount bis zum 28. November um 19.30 Uhr ganz einfach sichern. Das war es dann auch wieder für den heutigen Guide. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr anlasst ein Like und ein Abo für mich da. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Bye bye.